der holy da war freunde des sonne und des mondes und nacht und ja wie auch immer also wenn ihr bock habt auch ein schönes netz play dann schaut doch mal beim holy da war vorbei mit seinem holy city holies show virus visions bekommt ein haus also rein checken unten werde ich mal den kanal verlinken für euch ja und reinschauen lohnt sich und macht guten stuff hier habe ich doch gerade gesagt danke fürs zuhören das gab nur holy show gesagt hausbau da kann man sich vieles vorstellen ja das soll ja interessant gestaltet werden das habe ich hier dreck auf meinem schutz das möchte man mal gerade rumfimmeln hier hängen ja du sollst nicht drauf spucken auf deinem schutz ach nee jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt das kannst du so schnell da deine zunge ist manchmal schneller als das hier meister du spinnst wohl ich kann kein spinnen jetzt spenden tut mir leid besitzt es bei der bohren ich kann mich mal dabei holen geht ja schon gut los ja du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 in dem punkt dass das ist erbärmlich ist es ja man muss nicht immer alles machen was die großen super machen oder die großen streamer das sollte ich das mal in die ohren der kennt sich jetzt bestimmt auch also geht ein bisschen so rum macht die palette kaputt kommt wieder zu mir ja der gekostet der kleine stelle entfernen von mir versteckt sich jetzt hinter der wand der bekämpft mich schon weiß ich warum der andere da jetzt ich versuchte der rand zu machen aber bin ich der einzige an diesem scheiß Dinger sie zwar lohnt sich auch nicht die runterzuholen wird ach dieses Jahr und er hat er schon an ich dachte doppeltes Generatorgeräusch das Generator schneller bevor die tot ist ich würde ja so gerne retten aber beim Camp es gibt immer noch ja der reinten ganz weit weg hat im Blick hey hey Leute ich bin weiter ich bin der goldene Reiter ich habe mir jetzt erst mal im schrank ja ist auch schon hier er ist auch schon hier das war aber schnell dieser strich ja habe ich jetzt hier drunter gehe ich jetzt raus Scheiße die Generatoren haben wir jetzt alle fettig ne ja ich glaube naja lade ich mal ruhig auf ach man jetzt scheiß ich hab's mit dem links rechts wer ist die habe ich es einfach nicht mit ich frage was macht ihr auf einmal hier das ist doch hinter hinter mir weg ey kacke man kacke man bilde mal ein Arschloch ey so ein Noob alter bei mir der rennt nur ganz kleine strecken rum ja komm schon ich muss doch mal vom Haken runter kommen das ist doch Scheißblatt bei Daylight ey man mal kommst runter mal nicht ey das ist der letzte Scheiß in dem Spiel da sollten sie mal Berg für machen oder sowas dass du da immer vom Haken runter kommst oder sowas weil die können die 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 Killer sind heutzutage so overpowered alter weil wir haben ja mal auch eine private Runde gespielt als Killer und mussten feststellen die Perks die sind einfach mega mäßig es ist abpackt du hast eigentlich gar keine Chance mehr als 2 war da großartig was zu reißen also das ist echt assi echt assi ey ja wenn ich den hier so sehe den Killer der heißt super die Bahn 490 der hat bloß den Kirkwood Pierster auf dem Rang 1 ja kämpft aber dafür ja so das einzige was er kann ja ich denke es ja auch ein Anfänger der hat ja wahrscheinlich gar nicht Michael Meister ist gerade auch ein Anfänger naja das ist zum Katzen ist das ey ja mit der Karte kann man mit der Karte nicht die Freikür sehen Virus sie hat einen Miggi gesehen ja er hat da hinten rum ne ich glaube damit siehst du nur mit der Karte siehst du glaube ich nur die Generator ich glaube der hat die Luke da würde mich jetzt wundern ja die Luke ist da das würde ich abkämpfen ja also du musst schon meinen muss schon mal hinterm Baum oder hinterm Spindern also kommst du nicht weiter ja ja meine Herze das bringt es das gleiche ja ja sie sieht die Luke ja das ist ein Penner ey der Ivan ja ja jetzt hat es sowieso gesehen aah aah ja State bin abgegeben fertig bringt nichts die ganzen Leute zu reporten oder was äh äh da kümmert man sich eh nicht drum äh so holi er soll ich jetzt einladen mal oder immer ich glaube mal ein ach so siehst du das ja mhm alles klar so da nehmen wir das mal ganz geschmeidig an ich wollte gerade irgendwas gucken ich weiß aber auch nicht mehr was das war no morning we are ach ach ehrlich ja ein Camper versucht einen Tag bei Dead by Daylight hey volle Möhre ey so richtig akkurat geiles Camping äh beautiful vor allem verstehe ich nicht was ähm eigentlich ist er der Wahre Verlierer weil er kein Skill bewiesen hat jetzt folge ich dazu nicht ja ja nächste runde neue runde neues glück eh ja jetzt wird's blumig jo hoffentlich ist es nicht wieder michael stellen wir vor es gibt so ein scherz perk wo du willst du blumeneinsatz überall blumen wachsen auf einmal und der killer mit dem blumenstrauß der rennt der effekt wäre natürlich gelungen ich schlägt so lange auf dich ein blumenstrauß so wie kaputt geht so die die alle mal gibt es auf hohe hockt sich auf ihn und verschreckt die arme blöde spiel kam keinen umbringen mit blumenstrauß alles klar immer doch ja ich habe wahrscheinlich ich habe wahrscheinlich wieder das glück dass der glücklich in der Nähe von mir ist die krankes ist er ja man wandert aber ich habe sie gesehen diese richtung diesen kaputten bagger unterwegs da und jetzt hier rüber ich verstecke mich das hast du nicht gehört bitte nicht und da ist sie gerade noch gewesen das war hinten um die ecke ach da hinten läufst du ja die portet sich für meinen geschmack viel zu viel weil ich sehe sie hat ja was verloren lange halt la 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 geil komm ran Opa ja nie gucken ach geil mach gut deinen Generator alleine ja ja der knallt dir zu viel hehehe 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 der knallt mir zu viel hehehe 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 viel Spaß boah leck das bei dir ein bisschen nein alter kann er die gut steuern lecko mio scheiße Da ja, komm. Alter, bin ich erschrocken. Ach da. Alter, also mein Internet ist jetzt grad super, oder? Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, da war der Nackt ist bei denen aber gescheit hier. Ja, solange es bei denen lag, die das schlechtes Internet haben und nicht wir. Du hast ja deine 2k, ich meine deine 200k, ich meine 100k. Ja, bei dem Moped musst du Activision machen, Alter. So. Brothers of Sound System, Alter. Hier. Hier. Holy. Nein. Nein. Holy shit. Holy macaroni. Ich mag nicht mehr. Boah. Ich lauf dir auch noch entgegen. Holy, wo bist du? Komm mal zu mir. Im Sack. Was? Im Sack. Du Sack. Du Sack. Hey, du komm mal raus da. Du musst mich mal heilen. Ich mag nicht, ich hab Angst. Boah, du blödes Schweine. Ja, ich lass mich von jemand anders heilen. Und gar los. So. Such dir mal einen Ausgang. Okay. Boah, der Generator ist so fast fertig. 3, 2, 1. Boah, lass mich doch in Ruhe. Boah. 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 So, da ich auch die meisten Generatorern gemacht habe, eh, eh, darf ich mir auch das Recht nehmen, den Ausgang aufzumachen. Boah. 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 Högan hat ja gerade eine Palette umgeschmissen. Ich bin bei der Autowand. Ich bin am Ausgang. Welchen Ausgang? Wo die die Krankenschwester ist. Haha. Ich hab Angst vor der. Ist ja nur ein Ausgang der offen ist? Ja, und da bin ich gerade raus weil die ganzen nicht bei mir war. Ja. Ja. Der ist immer ne alberne Mann. Ich weiß auch nicht. Pssst, alles klar. Jetzt kommt sie. Oh Mann, ey. Alles klar. Okay, das war ne lustige Runde, muss ich sagen. Ja, guck, und schon habe ich wieder... Ja, mein Deutsch ist heute heute echt schlecht. So. Ja, Freunde, das ist geil, YouTube-Sport. Ich danke euch für diese geile Aufnahme jetzt hier. Okay. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da und ein schönes Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Holi. Kein Problem. Ciao. Und ciao mit V. Ciao. Ciao.